Wir haben uns nun beschäftigt mit der Frage, was Parlamentarismus allgemein bedeutet und wollen uns nun annähern dem speziellen Parlamentarismus in Deutschland und hier vor allem der Frage, was kennzeichnet den Bundestag eigentlich. Und wie in vielen parlamentarischen Demokratien ist es hier eben auch so, dass zunächst erstmal die Gesetzgebung im Vordergrund steht. Der Bundestag tritt also zusammen nach einer Bundestagswahl und dann ist es so, dass es Koalitionsverhandlungen gibt und eine wichtige Funktion besteht darin, den Regierungschef zu wählen. Es ist also ein Forum zur Versammlung der Volksvertreterinnen. Regierung kommt hier zusammen mit den Fraktionen im Bundestag. Eine wichtige Aufgabe ist auch noch, den Bundespräsidenten zu wählen, was allerdings nicht im Bundestag geschieht, sondern in der sogenannten Bundesversammlung, in die die Hälfte der Vertreterinnen und Vertreter vom Bundestag entsendet werden und die andere Hälfte aus den Ländern bestimmt werden. Eine wichtige Aufgabe des Bundestags ist die Wahl der Bundesverfassungsrichter zusammen mit dem Bundesrat. Dann ist der Bundestag mit zwei Dritteln im sogenannten gemeinsamen Ausschuss vertreten, der zusammentritt im Verteidigungsfall. Wichtig ist für die Bundestagsabgeordneten, also die Parlamentarier, dass ihnen Immunität und Indemnität gewährt wird, was so viel heißt, dass sie von Strafverfolgung frei sind und auch nicht für das verfolgt werden können, was sie im Bundestag sagen oder zur Rechenschaft gezogen werden können, rechtlich. Der Bundestag ist ein recht starkes Parlament. Man kann den nicht einfach so abberufen. Also es geschieht eigentlich nur, wenn bei einer gescheiterten Vertrauensfrage, auf die wir noch zurückkommen werden, wenn wir über die Bundeskanzlerin, den Bundeskanzler sprechen, nur dann kann der Bundestag eigentlich aufgelöst werden. Heutzutage muss man sehen, gibt es eine Menge Veto-Spieler, die zusammen mit dem Bundestag agieren. Das ist natürlich traditionell das Bundesverfassungsgericht, aber auch durch verschiedene Verträge in den letzten Jahren zunehmend die Europäische Union und allgemein vielleicht abschließend, also es ist nach wie vor ein Männerparlament. 70 Prozent der Bundestagsabgeordneten sind Männer, 30 Prozent Frauen. Durchschnittsalter liegt so bei 50 Jahren. Das heißt, es sind gesetzte Persönlichkeiten, die im Bundestag durchschnittlich tätig sind. 60 Prozent der Bundestagsabgeordneten haben Universitätsabschluss. Hier klafft so eine kleine Lücke zur Normalbevölkerung. Da ist der Prozentsatz eben viel niedriger. Insofern sprechen viele auch davon, dass die Kluft zwischen unseren Volksvertreterinnen und Vertretern und der Normalbevölkerung immer größer wird. Die Kluft zwischen unseren Volksvertreterinnen und Vertretern